12.D. Voltaire hat durch den Schutz, den er der Familie Kaller angedeihen ließ, großes Aufsehen erregt und sich ehrwürdig gemacht. Für Deutschland fast noch auffallender und wichtiger war das Unternehmen Lavatas gegen den Landvogt gewesen. Der ästhetische Sinn, mit dem jugendlichen Mut verbunden, strebte vorwärts, und da man noch vor kurzem studierte, um zu Ämtern zu gelangen, so fing man nun an, den Aufseher der Beamten zu machen und die Zeit war nahe, wo der Theater- und Romandichter seine Bösewichter am liebsten unter Ministern und Amtleuten aufsuchte. Hieraus entstand eine halb eingebildete, halb wirkliche Welt von Wirkung und Gegenwirkung, in der wir späterhin die heftigsten Angebereien und Verhetzungen erlebt haben, welche sich die Verfasser von Zeitschriften und Tageblättern mit einer Art von Wut unter dem Schein der Gerechtigkeit erlaubten und umso unwiderstehlicher dabei zu Werke gingen, als sie das Publikum Glauben machten, vor ihm sei der wahre Gerichtshof töricht, da kein Publikum eine exekutive Gewalt hat und in dem zerstückelten Deutschland die öffentliche Meinung niemandem nutzte oder schadete. Unter uns jungen Leuten ließ sich zwar nichts von jener Art spüren, welche tadelnswert gewesen wäre, aber eine gewisse ähnliche Vorstellung hatte sich unserer bemächtigt, die aus Poesie, Sittlichkeit und einem edlen Bestreben zusammengeflossen, zwar unschädlich, aber doch fruchtlos war. Durch die Hermannsschlacht und die Zueignung derselben an Josef II. hatte Klopstock eine wunderbare Anregung gegeben. Die Deutschen, die sich vom Druck der Römer befreiten, waren herrlich und mächtig dargestellt und dieses Bild gar wohl geeignet, das Selbstgefühl der Nation zu erwecken. Weil aber im Frieden der Patriotismus eigentlich nur darin besteht, dass jeder vor seiner Türe kehre, seines Amtes warte, auch seine Lektion lerne, damit es wohl im Hause stehe, so fand das von Klopstock erregte Vaterlandsgefühl keinen Gegenstand, an dem es sich hätte üben können. Friedrich hatte die Ehre eines Teils der Deutschen gegen eine verbundene Welt gerettet und es war jedem Gliede der Nation erlaubt, durch Beifall und Verehrung dieses großen Fürsten Teil an seinem Siege zu nehmen. Aber wo denn hin mit jenem erregten kriegerischen Trotzgefühl? Welche Richtung sollte es nehmen und welche Wirkung hervorbringen? Zuerst war es bloß poetische Form und die nachher so oft gescholtenen, ja lächerlich gefundenen Bardenlieder häuften sich durch diesen Trieb und durch diesen Anstoß. Keine äußeren Feinde waren zu bekämpfen, nun bildete man sich Tyrannen ein und dazu mussten die Fürsten und ihre Diener ihre Gestalten erst im Allgemeinen, so dann nach und nach im Besonderen hergeben. Und hier schloss sich die Poesie an jene oben gerügte Einmischung in die Rechtspflege mit Heftigkeit an und es ist merkwürdig, Gedichte aus jener Zeit zu sehen, die ganz in einem Sinne geschrieben sind, wodurch alles Obere, es sei nun monarchisch oder aristokratisch, aufgehoben wird. Was mich betraf, so fuhr ich fort, die Dichtkunst zum Ausdruck meiner Gefühle und Grillen zu benutzen. Kleine Gedichte wie »Der Wanderer« fallen in diese Zeit, sie wurden in den Göttinger Musenalmer nach aufgenommen, was aber von jener Sucht in mich eingedrungen sein mochte. Davon strebte ich mich kurz nachher im Götz von Berlichingen zu befreien, indem ich schilderte, wie in Wüstenzeiten der wohldenkende brave Mann allenfalls an die Stelle des Gesetzes und der ausübenden Gewalt zu treten sich entschließt, aber in Verzweiflung ist, wenn er dem anerkannten verehrten Oberhaupt zweideutig ja abtrünnig erscheint. Durch Klopstocks Oden war denn auch in die deutsche Dichtkunst nicht sowohl die nordische Mythologie als vielmehr die Nomenklatur ihrer Gottheiten eingeleitet. Und ob ich gleich mich sonst gern alles dessen bediente, was mir gereicht wurde, so konnte ich es doch nicht über mich gewinnen, mich ihrer zu bedienen, und zwar aus folgenden Ursachen. Ich hatte die Fabeln der Edda schon längst aus der Vorrede zu Males dänischer Geschichte kennengelernt und mich derselben sogleich bemächtigt. Sie gehörten unter diejenigen Märchen, die ich, von einer Gesellschaft aufgefordert, am liebsten erzählte. Herda gab mir den Resenius in die Hände und machte mich mit den Heldensagen mehr bekannt. Aber alle diese Dinge, wie wert ich sie hielt, konnte ich nicht in den Kreis meines Dichtungsvermögens aufnehmen. Wie herrlich sie mir auch die Einbildungskraft anregten, entzogen sie sich doch ganz dem Sinnlichen Anschauen, in dessen die Mythologie der Griechen, durch die größten Künstler der Welt in sichtliche, leicht einzubildende Gestalten verwandelt, noch vor unseren Augen in Menge dastand. Götter ließ ich überhaupt nicht viel auftreten, weil sie mir noch außerhalb der Natur, die ich nachzubilden verstand, ihren Wohnsitz hatten. Was hätte mich nun gar bewegen wollen, Wodan für Jupiter und Thor für Mars zu setzen und, statt der südlichen, genau umschriebenen Figuren, Nebelbilder, ja bloße Wortklänge, in meine Dichtungen einzuführen. Von einer Seite schlossen sie sich vielmehr an die osseanischen, gleichfalls formlosen Helden nur derber und riesenhafter an, von der anderen Seite lenkte ich sie nach dem heiteren Märchen hin. Denn der humoristische Zug, der durch die ganze nordische Mythe weht, war mir höchst lieb und bemerkenswert. Sie schien mir die einzige, welche durchaus mit sich selber scherzt, einer wunderlichen Dynastie, von Göttern, abenteuerlichen Riesen, Zauberer und Ungeheuer entgegensetzt, die nur beschäftigt sind, die höchsten Personen während ihres Regiments zu irren, zum Besten zu haben und hinterdrein mit einem schmählichen, unvermeidlichen Untergang zu bedrohen. Ein ähnliches, wo nicht gleiches Interesse gewanneten mir die indischen Fabeln ab, die ich aus Dappers Reisen zuerst kennenlernte und gleichfalls mit großer Lust in meinen Märchenvorrat hineinzog. Der Altar des Ramm gelang mir vorzüglich im Nacherzählen und ungeachtet der großen Mannigfaltigkeit der Personen dieses Märchens blieb doch der Affe Hannemann der Liebling meines Publikums. Aber auch diese unförmlichen und überförmlichen Ungeheuer konnten mich nicht eigentlich poetisch befriedigen. Sie lagen zu weit von dem Wahren ab, nach welchem mein Sinn unablässig hinstrebte. Doch gegen alle diese kunstwidrigen Gespenster sollte mein Sinn für das Schöne durch die herrlichste Kraft geschützt werden. Glücklich ist immer die Epoche einer Literatur, wenn große Werke der Vergangenheit wieder einmal auftauen und an die Tagesordnung kommen, weil sie als dann eine vollkommen frische Wirkung hervorbringen. Auch das homerische Licht ging uns wieder neu auf, und zwar recht im Sinne der Zeit, die ein solches Erscheinen höchst begünstigte. Denn das beständige Hinweisen auf Natur bewirkte zuletzt, dass man auch die Werke der Alten von dieser Seite betrachten lernte. Was mehrere Reisende zur Aufklärung der Heiligen Schriften getan, leisteten andere für den Homer. Durch Gies wurde man eingeleitet, Wood gab der Sache den Schwung, eine Göttinger Rezension des anfangs sehr seltenen Originals, machte uns mit der Absicht bekannt und belehrte uns, wie weit sie ausgeführt worden war. Wir sahen nun nicht mehr in jenen Gedichten ein angespanntes und aufgedunsenes Heldenwesen, sondern die abgespiegelte Wahrheit einer uralten Gegenwart und suchten uns dieselbe möglichst heranzuziehen. Zwar wollte uns zu gleicher Zeit nicht völlig in den Sinn, wenn behauptet wurde, dass, um die homerischen Naturen recht zu verstehen, man sich mit den wilden Völkern und ihren Sitten bekannt machen müsse, wie sie uns die Reisebeschreiber in der neuen Welt schildern. Denn es ließ sich doch nicht leugnen, dass sowohl Europäer als Asiaten in den homerischen Gedichten schon auf einem hohen Grade der Kultur dargestellt werden, vielleicht auf einem höheren, als die Zeiten des Trojanischen Krieges mochten, genossen haben. Aber jene Maxime war doch mit dem herrschenden Naturbekenntnis übereinstimmend und insofern mochten wir sie gelten lassen. Bei allen diesen Beschäftigungen, die sich auf Menschenkunde im höheren Sinne sowie auf Dichtkunst im Nächsten und Lieblichsten bezogen, musste ich doch jeden Tag erfahren, dass ich mich in Wetzlar aufhielt. Das Gespräch über den Zustand des Visitationsgeschäftes und seiner immer wachsenden Hindernisse die Entdeckung neuer Gebrechen klang stündlich durch. Hier war nun abermals das Heilige Römische Reich versammelt, nicht bloß zu äußerlichen Feierlichkeiten, sondern zu einem ins Allertiefste greifenden Geschäfte. Aber auch hier musste mir jene halbleere Speisesaal am Krönungstage einfallen, wo die geladenen Gäste außen blieben, weil sie zu vornehm waren. Hier hatten sie sich zwar eingefunden, aber man musste noch schlimmere Symptome gewahr werden. Der Unzusammenhalt des Ganzen, das Widerspiel der Teile, kamen fortwährend zum Vorschein und es war kein Geheimnis geblieben, dass Fürsten untereinander sich die Absicht vertraulich mitgeteilt hatten. Man müsse sehen, ob man nicht bei dieser Gelegenheit dem Oberhaupt etwas abgewinnen könne. Welch üblen Eindruck das kleine Detail aller Anekdoten von Nachlässigkeiten und Versäumnissen, Ungerechtigkeiten und Bestechungen auf einen jungen Menschen machen musste, der das Gute wollte und sein Inneres in diesem Sinne bearbeitete, wird jeder Redliche mitfühlen. Wo soll unter solchen Umständen Ehrfurcht vor dem Gesetz und dem Richter entspringen? Aber hätte man auch auf die Wirkungen der Visitation das größte Zutrauen gesetzt, hätte man glauben können, dass sie völlig ihre hohe Bestimmung erfüllen werde? Für einen frohen, vorwärtsschreitenden Jüngling war doch hier kein Heil zu finden. Die Förmlichkeit dieses Prozesses an sich gingen alle auf ein Verschleifen. Wollte man einigermaßen wirken und etwas bedeuten, so musste man nur immer demjenigen dienen, der Unrecht hatte, stets dem Beklagten und in der Fechtkunst der verdrehenden und ausweichenden Streiche recht gewandt sein. Ich verlor mich daher einmal über das andere, da mir in dieser Zerstreuung keine ästhetischen Arbeiten gelingen wollten in ästhetische Spekulationen, wie denn alles Theoretisieren auf Mangel oder Stockung von Produktionskraft hindeutet. Früher mit Merken, nunmehr manchmal mit Gottern, machte ich den Versuch, Maximen auszufinden, wonach man beim Hervorbringen zu Werke gehen könnte. Aber weder mir noch ihnen wollte es gelingen. Merck war Zweifler und Eklektiker, Gott erhielt sich an solche Beispiele, die ihm am meisten zusagten. Die sulzische Theorie war angekündigt, mehr für den Liebhaber als für den Künstler. In diesem Gesichtskreise werden vor allem sittliche Wirkungen gefordert, und hier entsteht zugleich ein Zwiespalt zwischen der hervorbringenden und benutzenden Klasse. Denn ein gutes Kunstwerk kann und wird zwar moralische Folgen haben, aber moralische Zwecke vom Künstler fordern, heißt ihm, sein Handwerk verderben. Was die Alten über diese wichtigen Gegenstände gesagt, hatte ich seit Jahren fleißig, wo nicht in einer Folge studiert, doch sprungweise gelesen. Aristoteles, Cicero, Quintilian, Longin, keiner blieb unbeachtet, aber das half mir nichts, denn alle diese Männer setzten eine Erfahrung voraus, die mir abging. Sie führten mich in eine an Kunstwerken unendlich reiche Welt, sie entwickelten die Verdienste vortrefflicher Dichter und Redner, von deren meisten uns nur die Namen übrig geblieben sind, und überzeugten mich nur allzu lebhaft, dass erst eine große Fülle von Gegenständen vor uns liegen müsse, ehe man darüber denken könne, dass man erst selbst etwas leisten, ja, dass man fehlen müsse, um seine eigenen Fähigkeiten und die der anderen kennenzulernen. Meine Bekanntschaft mit so vielem Guten jener alten Zeiten war doch immer nur schul- und buchmäßig und keineswegs lebendig, da es doch, besonders bei den gerühmtesten Rednern auffiel, dass sie sich durchaus im Leben gebildet hatten, und dass man von den Eigenschaften ihres Kunstcharakters niemals sprechen konnte, ohne ihren persönlichen Gemütscharakter zugleich mit zu erwähnen. Bei Dichtern schien dies weniger der Fall, überall aber trat Natur und Kunst nur durch Leben in Berührung, und so blieb das Resultat von allem meinem Sinnen und Trachten jener alte Vorsatz, die innere und äußere Natur zu erforschen und in liebevoller Nachahmung sie eben selbst walten zu lassen. Zu diesen Wirkungen, welche weder Tag noch Nacht in mir ruten, lagen zwei große, ja ungeheure Stoffe vor mir, deren Reichtum ich nur einigermaßen zu schätzen brauchte, um etwas Bedeutendes hervorzubringen. Es war die ältere Epoche, in welche das Leben Götz von Berlichingens fällt, und die neuere, deren unglaubliche Blüte im Werter geschildert ist. Von der historischen Vorbereitung zu der ersten Arbeit habe ich bereits gesprochen. Die ethischen Anlässe zu der zweiten sollen gegenwärtig eingeleitet werden. In jener Vorsatz, meine innere Natur nach ihren Eigenschaften gewähren und die äußeren nach ihren Eigenschaften auf mich einfließen zu lassen, trieb mich an das wunderliche Element, in welchem Werter er sonnen und geschrieben ist. Ich suchte mich innerlich von allem Fremden zu entbinden, das Äußere liebevoll zu betrachten und alle Wesen vom Menschlichen an so tief hinab, als sie nur fasslich sein möchten, jedes in seiner Art auf mich wirken zu lassen. Dadurch entstand eine wundersame Verwandtschaft mit den einzelnen Gegenständen der Natur und ein inniges Anklingen, ein Mitstimmen ins Ganze, sodass ein jeder Wechsel, es sei der Ortschaften und Gegenden oder der Tages- und Jahreszeiten oder was sonst sich ereignen konnte, mich aufs Innigste berührte. In der malerische Blick gesellte sich zu dem Dichterischen, die schöne ländliche, durch den freundlichen Fluss belebte Landschaft vermehrte meine Neigung zur Einsamkeit und begünstigte meine stillen, nach allen Seiten hin sich ausbreitenden Betrachtungen. Aber seitdem ich jenen Familienkreis zu Sesenheim und nun wieder meinen Freundeszirkel zu Frankfurt und Darmstadt verlassen hatte, war mir eine Leere im Busen geblieben, die ich nicht auszufüllen vermochte. Ich befand mich daher in einer Lage, wo uns die Neigung, sobald sie nur einigermaßen verhüllt auftritt, unversehens überschleichen und alle guten Vorsätze vereiteln kann. Und indem nun der Verfasser zu dieser Stufe seines Unternehmens gelangt, fühlt er sich zum ersten Mal bei der Arbeit leicht ums Herz. Denn von nun an wird dieses Buch erst, was es eigentlich sein soll. Es hat sich nicht als selbstständig angekündigt, es ist vielmehr bestimmt, die Lücken eines Autorlebens auszufüllen, manches Bruchstück zu ergänzen und das Andenken verlorener und verschollener Wagnisse zu erhalten. Was aber schon getan ist, soll und kann nicht wiederholt werden. Auch würde der Dichter jetzt die verdüsterten Seelenkräfte vergebens aufrufen, umsonst von ihnen fordern, dass sie jene lieblichen Verhältnisse wieder vergegenwärtigen möchten, welche ihm den Aufenthalt im Lahntale so hoch verschönten. Glücklicherweise hatte der Genius schon früher dafür gesorgt und ihn angetrieben, in Vermögen der Jugendzeit das nächstvergangene festzuhalten, zu schildern und kühn genug zur günstigen Stunde öffentlich aufzustellen. Dass hier das Büchlein Werte gemeint sei, bedarf wohl keiner näheren Bezeichnung. Von den darin aufgeführten Personen aber, sowie von den dargestellten Gesinnungen, wird nach und nach einiges zu eröffnen sein. Unter den jungen Männern, welche, der Gesandtschaft beigegeben, sich zu ihrem künftigen Dienstlauf einüben sollten, fand sich einer, den wir kurz und gut den Bräutigam zu nennen pflegten. Er zeichnete sich aus durch ein ruhiges gleiches Betragen, Klarheit der Ansichten, Bestimmtheit im Handeln und Reden. Seine heitere Tätigkeit, sein anhaltender Fleiß, empfahl in dergestalt den Vorgesetzten, dass man ihm eine baldige Anstellung versprach. Hierdurch berechtigt unternahm er, sich mit einem Frauenzimmer zu verloben, das seiner Gemütsart und seinen Wünschen völlig zusagte. Nach dem Tode ihrer Mutter hatte sie sich als Haupt einer zahlreichen jüngeren Familie höchst tätig erwiesen und den Vater in seinem Witwerstand allein aufrechterhalten, sodass ein künftiger Gatte von ihr das gleiche für sich und seine Nachkommenschaft hoffen und ein entschiedenes häusliches Glück erwarten konnte. Ein jeder gestand, auch ohne diese Lebenszwecke eigennützig für sich im Auge zu haben, dass sie ein wünschenswertes Frauenzimmer sei. Sie gehörte zu denen, die, wenn sie nicht heftige Leidenschaften einflößten, doch ein allgemeines Gefallen zu erregen geschaffen sind. Eine leicht aufgebaute, nett gebildete Gestalt, eine reine, gesunde Natur und die daraus entspringende frohe Lebenstätigkeit, eine unbefangene Behandlung des täglich Notwendigen, das alles war ihr zusammengegeben. In der Betrachtung solcher Eigenschaften wurde auch mir immer wohl und ich gesellte mich gern zu denen, die sie besaßen und wenn ich nicht immer Gelegenheit fand, ihnen wirkliche Dienste zu leisten, so teilte ich mit ihnen lieber als mit anderen den Genuss jener unschuldigen Freuden, die der Jugend immer zur Hand sind und ohne große Bemühungen und Aufwand ergriffen werden. Und da es nun ferner ausgemacht ist, dass die Frauen sich nur füreinander putzen und untereinander den Putz zu steigern unermüdet sind, so waren mir diejenigen die Liebsten, welche mit einfacher Reinlichkeit dem Freunde, dem Bräutigam die stille Versicherung geben, dass es eigentlich nur für ihn geschehen und dass ohne viel Umstände und Aufwand ein ganzes Leben so fortgeführt werden könnte. Solche Personen sind nicht allzu sehr mit sich selbst beschäftigt. Sie haben Zeit, die Außenwelt zu betrachten und Gelassenheit genug, sich nach ihr zu richten, sich ihr gleichzustellen. Sie werden klug und verständlich ohne Anstrengung und bedürfen zu ihrer Bildung wenig Bücher. So war die Braut. Der Bräutigam bei seiner durchaus rechtlichen und zutraulichen Sinnesart machte jeden, den er schätzte, bald mit ihr bekannt und sah gern, weil er den größten Teil des Tages den Geschäften eifrig oblag, wenn seine Verlobte nach vollbrachten häuslichen Bemühungen sich sonst unterhielt und sich gesellig auf Spaziergängen und Landpartien mit Freunden und Freundinnen ergetzte. Lotte, denn so wird sie denn doch wohl heißen, war anspruchslos in doppeltem Sinne. Erst ihrer Natur nach, die mehr auf ein allgemeines Wohlwollen als auf besondere Neigungen gerichtet war, und dann hatte sie sich ja für einen Mann bestimmt, der, ihrer Wert, sein Schicksal und das ihrige fürs Leben zu knüpfen sich bereit erklären mochte. Die heiterste Luft wehte in ihrer Umgebung. Ja, wenn es schon ein angenehmer Anblick ist zu sehen, dass Eltern ihren Kindern eine ununterbrochene Sorgfalt widmen, so hat es noch etwas Schöneres, wenn Geschwister den Geschwistern das Gleiche leisten. Dort glauben wir mehr Naturtrieb und bürgerliches Herkommen, hier mehr Wahl und freies Gemüt zu erblicken. Der neue Ankömmling, völlig frei von allen Banden, sorglos in der Gegenwart eines Mädchens, das schon versagt, den gefälligsten Dienst nicht als Bewerbung auslegen und sich desto eher daran erfreuen konnte, ließ sich ruhig gehen, war aber bald der Gestalt eingesponnen und gefesselt und zugleich von dem jungen Paare so zutraulich und freundlich behandelt, dass er sich selbst nicht mehr kannte. Müßig und träumerisch, weil ihm keine Gegenwart genügte, fand er das, was ihm abging, in einer Freundin, in dem sie für's ganze Jahr lebte, nur für den Augenblick zu leben schien. Sie mochte ihn gern zu ihrem Begleiter, er konnte bald ihre Nähe nicht mehr missen, denn sie vermittelte ihm die Alltagswelt und so waren sie, bei einer ausgedehnten Wirtschaft, auf dem Acker und den Wiesen, auf dem Krautland wie im Garten, bald unzertrennliche Gefährten. Erlaubten es dem Bräutigam seine Geschäfte, so war er an seinem Teile dabei. Sie hatten alle drei aneinander gewöhnt, ohne es zu wollen, und wussten nicht, wie sie dazu kamen, sich nicht entbehren zu können. So lebten sie, den herrlichen Sommer hin, eine echte deutsche Idylle, wozu das fruchtbare Land die Prosa und eine reine Neigung die Poesie hergab. Durch reife Kornfelder wandernd erquickten sie sich am taureichen Morgen. Das Lied der Lerche, der Schlag der Wachtel, waren ergötzliche Töne, heiße Stunden folgten, ungeheure Gewitter brachen herein, man schloss sich nur desto mehr aneinander, und mancher kleine Familienverdruß war leicht ausgelöscht durch fortdauernde Liebe. Und so nahm ein gemeiner Tag den anderen auf, und alle schienen Festtage zu sein. Der ganze Kalender hätten müssen rot gedruckt werden. Verstehen wird mich, wer sich erinnert, was von dem glücklich unglücklichen Freunde der neuen Elohas geweissagt worden war. Und zu den Füßen seiner Geliebten sitzend, wird er Hanf brechen, und er wird wünschen, Hanf zu brechen, heute, morgen und übermorgen, ja, sein ganzes Leben. Nur wenig, aber gerade so viel als nötig sein mag, kann ich nunmehr von einem jungen Manne sagen, dessen Name in der Folgezeit nur allzu oft genannt worden ist. Es war Jerusalem, der Sohn des frei und zart denkenden Gottes Gelehrten. Auch er war bei einer Gesandtschaft angestellt, seine Gestalt gefällig, mittlerer Größe wohl gebaut. Ein mehr rundes als längliches Gesicht, weiche, ruhige Züge und was sonst noch einem hübschen, blonden Jüngling zukommen mag. Blaue Augen so dann, mehr anziehend als sprechend zu nennen. Seine Kleidung war die unter den Niederdeutschen in Nachahmung der Engländer hergebrachte. Blauer Frack, ledergelbe Weste mit Unterkleidern und Stiefeln mit braunen Stulpen. Der Verfasser hat ihn nie besucht, auch nicht bei sich gesehen. Manchmal traf er ihn bei Freunden. Die Äußerungen des jungen Mannes waren mäßig, aber wohlwollend. Er nahm an den verschiedenen Produktionen teil. Besonders liebte er solche Zeichnungen und Skizzen, in welchen man einsamen Gegenden ihren stillen Charakter abgewonnen hatte. Er teilte ihm bei solchen Gelegenheiten Gessnersche Radierungen mit und munterte die Liebhaber auf, danach zu studieren. An allem jenen Ritterwesen und Mummenspiel nahm er wenig oder keinen Anteil, lebte sich und seinen Gesinnungen. Man sprach von einer entschiedenen Leidenschaft zu einer Gattin eines Freundes, öffentlich sah man sie nie miteinander. Überhaupt wusste man wenig von ihm zu sagen, außer dass er sich mit der englischen Literatur beschäftige. Als der Sohn eines wohlhabenden Mannes brauchte er sich weder ängstlich Geschäften zu widmen, noch um baldige Anstellung dringend zu bewerben. zu verabschieden, aber auch um baldige Anstellung zu verabschieden, ein bisschen von ihm zu verabschieden, Vielen Dank.